Danke Herr Präsident, lieber Minister, liebe Kollegen. Belgien ist in der Tat das Land des Surrealismus. Heute Morgen lernten wir in den Medien, dass die belgische Armee unfähig ist, extremistische Soldaten mit radikal-islamischen Ansichten in den eigenen Reihen unter Kontrolle zu bekommen und dass es nicht möglich ist, sie zu entlassen, weil es dazu nicht die rechtlichen Mittel gibt. Zur gleichen Zeit entscheiden wir uns aber, Frankreich in seinem Krieg gegen den Terror zu helfen, indem wir logistische Unterstützung für die Operation in Mali bereitstellen. Was würden wir nicht alles tun, um Terrorismus außerhalb unserer Grenzen zu bekämpfen? Ich hoffe nur, dass wir keine von diesen islamistischen belgischen Soldaten zu dieser Antiterror-Operation in Mali schicken. Man könnte denken, ich scherze hier, aber was heute in der Welt passiert, bringt mich kein Stück zum Lachen. Es bringt mich nicht zum Lachen, weil es ohne Zweifel so ist, dass die Führer der westlichen Nationen ihre Bürger für dumm verkaufen, und zwar mit der Hilfe und der Unterstützung der Medien, die heute nichts weiter als Propaganda-Organe der regierenden Mächte sind. Überall auf der Welt häufen sich militärische Interventionen und Destabilisierungen von Regierungen. Präventivkriege wurden zur Regel. Und im Namen der Demokratie und des Kampfes gegen den Terrorismus nehmen sich Staaten heute das Recht, die Souveränität unabhängiger Nationen zu verletzen und legitime Machthaber zu stürzen. Die Verlogenheit Amerikas führte zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Dann kamen Tunesien, Ägypten und Libyen, wo unsere Nation, dank unserer Entscheidungen, an vorderster Front war, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und um jedes Mal progressive und gemäßigte Regierungen zu stürzen, die dann durch islamistische Regierungen ersetzt wurden. Und ist das nicht merkwürdig? Sie fingen sofort damit an, die Scharia als Gesetz anzuwenden. Genau das passiert aktuell in Syrien, wo Belgien die Bewaffnung der islamistischen Rebellen unterstützt, die versuchen, Bashar al-Assad zu stürzen. Und das inmitten der Wirtschaftskrise, während mehr und mehr Belgier ihre Wohnungen nicht länger bezahlen können, während sie sich nicht mehr ernähren, warm halten und versorgen können. Ja, ich kann hören, was für eine ruchlose Populistik bin. Nun ja, unser Außenminister entschied sich, den syrischen Rebellen 9 Millionen Euro anzubieten. Natürlich will man uns glauben machen, dass dieses Geld für humanitäre Zwecke eingesetzt wird. Eine weitere Lüge. Seit Monaten kann man sehen, dass unser Land nur dabei mithilft, islamistische Regime in Nordafrika und im Nahen Osten zu installieren. Wenn sie jetzt also vorgeben, den Krieg zu beginnen, um Terroristen in Mali zu bekämpfen, dann ist das einfach nur lächerlich. Es ist eine Lüge. Unter diesem scheinheiligen Vorwand intervenieren wir nur, um finanzielle Interessen zu verteidigen, in einer vollständig neukolonialistischen Geisteshaltung. Es ist völliger Unsinn, den Franzosen in Mali zu helfen, im Namen des Kampfes gegen den islamistischen Terrorismus, wenn wir zur gleichen Zeit in Syrien den Sturz Bashar al-Assad durch islamistische Rebellen unterstützen, die die Scharia als Gesetz einführen wollen, genauso wie es in Tunesien und Libyen passierte. Es ist eine Zeit, mit den Lügen aufzuhören und auch damit die Menschen für dumm zu verkaufen. Es ist eine Zeit, die Wahrheit zu sagen. Wir bewaffnen islamistische Rebellen, wie der Westen es in der Vergangenheit auch gemacht hat, zum Beispiel mit Ben Laden, der der Freund der Amerikaner war, bis sie sich gegen ihn gestellt haben. Die westlichen Nationen nutzen jede Gelegenheit, Militärbasen in den neu eroberten Nationen zu errichten, wobei sie dann Aufträge an westliche Firmen vergeben. Es ist alles strategisch geplant. Im Irak haben sich unsere amerikanischen Verbündeten das Öl des Landes unter den Nagel gerissen, in Afghanistan geht es um Opium und Drogen, immer sehr nützlich, wenn man schnell eine Menge Geld machen will. In Libyen, Tunesien, Ägypten und jetzt in Syrien ist es das Ziel, gemäßigte Regierungen zu stürzen, um sie mit islamistischen Regimen zu ersetzen, die schnell zu einem Problem werden und die wir dann schamlos angreifen, während wir wieder vorgeben, den Terrorismus zu bekämpfen oder Israel zu verteidigen. Die nächsten Ziele liegen daher auf der Hand. Ich wette, innerhalb der nächsten Monate werden sich unsere Augen auf Algerien richten und dann letztendlich auf den Iran. Einen Krieg zu führen, um Menschen vor einem Angreifer von außen zu verteidigen, ist eine ehrenhafte Sache. Aber einen Krieg zu führen, um die Interessen der USA zu verteidigen oder um die Interessen großer Konzerne wie Areva zu verteidigen oder um sich Goldminen unter den Nagel zu reißen, das hat nichts Ehrenhaftes und es zeigt nur, dass unsere Länder Aggressoren und Verbrecher sind. Keiner wagt es, das auszusprechen, aber ich werde nicht Ruhe geben. Und wenn mein Einsatz hier mich aussehen lässt wie ein Feind dieses Systems, das unter dem Vorwand der Menschenrechte finanzielle, geostrategische und neokoloniale Interessen verfolgt, dann soll es so sein. Dieses System loszustellen ist eine Pflicht und das zu tun erfüllt mich mit Stolz. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich für den privativen Ton meiner Rede, aber fickt euch alle, ihr gesogenannten guten Menschen vom linken und rechten Flügel und aus der Mitte, die ihr heute die Stiefel der korrupten Mächte leckt und die ihr gefallen daran findet, euch über mich lustig zu machen. Fickt euch alle, ihr Führer, die ihr mit euren Bomben spielt wie Kinder auf dem Spielplatz. Fickt euch, die ihr vorgebt, Demokraten zu sein, während ihr nichts weiter als erbärmliche Kriminelle seid und ich habe auch nicht viel Respekt für diese Journalisten, die die Frechheit besitzen, die Gegner dieser Politik als geistig Behinderte zu titulieren, obwohl sie eigentlich sehr wohl wissen, dass diese Gegner absolut Recht haben. Zu guter Letzt verachte ich in höchstem Maße die, die glauben, die Könige dieser Welt zu sein und die uns ihre Gesetze diktieren. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der Seite der unschuldigen Opfer von Plünderungen um jeden Preis und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in aller Deutlichkeit diese Resolution abzulehnen, nach der unser Land Frankreich bei seiner neokolonialistischen Operation unterstützen soll. Seit Beginn der französischen Operation ist die Lüge organisiert. Uns wird gesagt, dass Frankreich nur dem Hilferuf von Marlies Präsident folgt. Dabei vergessen wir, dass dieser Präsident keine Legitimität hat und dass er dort platziert wurde, um den Übergang nach dem Staatsstreich im März 2012 zu sichern. Wer unterstützte diesen Staatsstreich? Wer steckte dahinter? Für wen arbeitet dieser Präsident wirklich? Hier haben wir die erste Lüge. Der französische Präsident François Hollande erdreistet sich zu behaupten, dass dieser Krieg dazu dient, die Dschihadisten zu bekämpfen, die, und das muss man sich mal vorstellen, die das französische und das europäische Territorium bedrohen. Was für eine abscheuliche Lüge. Indem sie dieses offizielle Argument nutzen, um die Bevölkerung zu verängstigen, die Terroralarmstufe anzuheben und den Vigipirat-Plan zu implementieren, demonstrieren unsere Führer und unsere Medien ihre unglaubliche Niedertracht. Wie können sie es wagen, so zu argumentieren, während Frankreich und Belgien nicht gezögert haben, Dschihadisten in Libyen zu bewaffnen und zu unterstützen, genauso wie sie es jetzt auch in Syrien tun? Sie benutzen einen Vorwand, um strategische und wirtschaftliche Interessen zu verbergen. Unsere Nationen fürchten sich aber nicht mehr vor diesen Ungereimtheiten, denn es wird alles getan, um sie zu verstecken. Aber die Ungereimtheiten sind weiterhin da. Man wird morgen keinen Anschlag durch einen Terroristen aus Mali in Europa sehen, nein. Es sei denn, wir machen es selbst, sodass wir eine Rechtfertigung für eine Militäroperation haben. Haben wir nicht aus dem gleichen Grund den 11. September selbst gemacht, um die Invasionen zu rechtfertigen, willkürliche Verhaftungen und den Massenmord unschuldiger Bevölkerungen? Eine Terroristen aus Mali zu fabrizieren, ist also kein großes Ding. Das sollte für unsere blutrunstigen Führer nicht so kompliziert sein. Ein anderer Vorwand, der in den letzten Monaten für die Rechtfertigung dieser Militäroperationen genutzt wurde, ist der Schutz der Menschenrechte. Dieser Vorwand wird heute benutzt, um den Krieg in Mali zu legitimieren. Es heißt, wir müssen handeln, weil sonst die bösen Islamisten die Scharia zum Gesetz machen, Frauen steinigen und Dieben die Ende haperten. Unsere Absicht ist also vollkommen ehrenhaft und heilsbringend. Aber warum haben unsere Nationen dann um Himmels Willen in Tunesien und Libyen dabei geholfen, Islamisten an die Macht zu bringen, die dann die Scharia als Gesetz implementiert haben, in diesen Ländern, die vorher vor nicht allzu langer Zeit noch modern und progressiv waren? Ich lade euch ein, an die jungen Tunesier zu fragen, die die Revolution dort begonnen haben, ob sie jetzt glücklich sind mit der aktuellen Situation. Der Zweck des Krieges in Mali ist offensichtlich. Das ist pure Heuchelei. Und wenn niemand darüber redet, werde ich es tun. Der Zweck dieses Krieges ist es, China zu bekämpfen und unseren amerikanischen Verbündeten dabei zu helfen, ihre Präsenz in Afrika und im Nahen Osten zu stärken. Das sind die Richtlinien dieser neokolonialen Operation. Und ihr werdet sehen, wenn die Militäroperation vorbei ist, wird Frankreich seine Basen in Mali behalten und diese Basen werden auch den Amerikanern helfen. Und gleichzeitig, wie das dann immer so läuft, werden westliche Unternehmen sich die saftigen Verträge unter den Nagel reißen, wodurch wieder einmal re-kolonialisierte Nationen ihres Wohlstandes und ihrer Rohstoffe beraubt werden. Sehen wir den Tatsachen in Sauge. Die vorrangigen Nutznießer dieser Militäroperation werden die Eigentümer und die Anteilseigner der französischen Areva-Gruppe sein, die seit Jahren versucht, sich eine Uranmine in Falea anzueignen, einer Stadt mit 17.000 Einwohnern 350 Kilometer entfernt von Bamako. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass es nicht lange dauern wird, bis diese Mine letztendlich in der Hand von Areva ist. Keine Ahnung, es ist nur so eine Vermutung. Daher kommt es für mich nicht in Frage, Teil dieser Minenkolonialisierung zu sein, dieser modernen Kolonialisierung. Und ich möchte alle, die meine Argumente anzweifeln, herzlich einladen, mehr über den Reichtum von Mali zu lernen. Mali ist ein großer Goldproduzent, aber kürzlich wurde auch festgestellt, dass es erstklassige Voraussetzungen hat für die Förderung von Uran. Wie merkwürdig. Wir befinden uns wieder einen Schritt näher an einem Krieg gegen den Iran, das ist ganz klar. Aus all diesen Gründen und um dem Netz von Lügen zu entkommen, das uns umgibt, habe ich mich entschieden, die Intervention in Mali nicht zu unterstützen. Ich werde daher dagegen stimmen. Damit bleibe ich mir selbst treu. Denn ich habe auch in der Vergangenheit die kriminellen Interventionen in Libyen und Syrien abgelehnt, was mich zum einzigen Abgeordneten in Belgien macht, der das Prinzip der Nicht-Einmischung verteidigt und der obskure Interessen bekämpft. Ich denke wirklich, es ist an der Zeit, unsere Mitgliedschaft in der UN und der NATO zu beenden und aus der EU auszutreten, denn anstatt Frieden zu fördern, beugt sich Europa finanziellen Interessen mehr als humanitären Interessen und fungiert als Angriffswaffe bei der Destabilisierung souveräner Staaten. Abschließend möchte ich unsere Regierung drängen, Präsident Hollande daran zu erinnern, sich an die Verpflichtungen der Genwer-Konvention in Bezug auf Kriegsgefangene zu halten. Ich war schockiert, als ich im Fernsehen aus dem Mund des französischen Präsidenten hörte, dass es seine Absicht sei, islamistische Terroristen zu zerstören. Er sagte, zerstören. Ich möchte nicht, dass die Gegner des Regimes in Mali so bezeichnet werden. Es ist heutzutage immer bequem, von islamistischen Terroristen zu sprechen, weil man die Grundpfeiler eines demokratischen Staates umgehen will, wenn es um die Anerkennung der Rechte von Kriegsgefangenen geht. Wir erwarten diesen Respekt vom Ursprungsland der Menschenrechte. Zu guter Letzt, lassen Sie mich betonen, wie leichtfertig wir entscheiden, in den Krieg zu ziehen. Erst handelte die Regierung ohne die Zustimmung des Parlaments. Es scheint, als hätte sie das Recht dazu. Sie sendet Ausrüstung und Truppen nach Mali und wenn das Parlament dann reagiert und antwortet, so wie heute, dann ist nur ein Drittel der Mitglieder dieser Institution anwesend. Noch weniger, wenn wir nur die Abgeordneten zählen, die Französisch sprechen. Es ist daher eine sträfliche Leichtigkeit, die mich aber nicht wirklich überrascht, da wir hier nur ein Parlament voller Schoßhunde haben, die den Diktaten der politischen Parteien hörig sind. Vielen Dank.